1, 2, 3, listen! Herzlich willkommen allen zusammen hier zum Science Slam in Esslingen am Neckar. Und jetzt will ich die baden-württembergische Ekstase! Wie klingt das? Das Platin ist ein Krebsmedikament, das ist wahrscheinlich krebserregend. Und auch der Beruf des Zimmermanns. Jetzt wissen wir auch, warum Jesus seinen Beruf gewechselt hat. Wenn der Rückenschweiß ein bisschen weiter unten gelandet ist, kennen wir das auch als Arschwasser. Ich hätte nacktslammen dürfen, das geben die Regeln vom Science Slam her. Ich habe darauf verzichtet, ich bin sensibel, ich nehme Rücksicht. Ich möchte euch erinnern, dass auch 3, 4, 5 schlechte Menschen auf der Welt hier ein bisschen Unordnung reinbringen können. Und jetzt ist das so, was nicht mit Gewalt geht, geht mit Nomi-Gwald. Bis bald, schönen Abend. Bis bald, schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020